Skifahrer, Ski-Renn-Ski-Ikone Österreichs, Otto Flakau, Anlass zum 50. Geburtstag von Hermann Mayer und sprechen über seine Karriere, seine ersten 50 Jahre und seine kommenden 50 Jahre. Hallo, so. Geht dir das Siegen ab jetzt? Du hast vor 13 Jahren offiziell die Verabschiedung vom Sport, aber geht dir das Siegen ab? Siegen geht man in dem Sinn nicht ab. Man hat ja in seinem Leben immer wieder Sieg und Niederlage. Das ist ja genau das Gleiche. Der große Unterschied ist natürlich, wenn du in einer gewissen Sportart da bist, hast du mit Spezialisten zu tun. Und da misst man sich halt einmal eine Zeit lang. Wer ist denn jetzt der Beste? Aber ich kann generell ausschließen, dass man jetzt das Siegen nicht abgeht. Aber ich habe sicherlich gern, sollte man irgendwas machen, wenn es leichter gelingt. Und das ist dann auch ein gewisser Sieg. Also wir haben es schwieriger, es sind Schrauben ewig probieren, einzuschrauben und das misslingt. Also Siegen ist halt auf einer anderen Ebene. Aha. Weil du bist doch durch deine außergewöhnliche Karriere in Kontakt mit Leitkommar, das wäre sonst verwehrt gewesen. Ich kann mich noch erinnern, da war dieser Wettlauf zum Südpol, dieses Amundsen nachempfundene Rennen, diese Fernsehshow. Und da bist du auf der Wett und das Wettbank gesessen neben einem Justin Timberlake. Und der Justin Timberlake, der sagt dann zu dir, du bist der Naked Superman, wie sie dann den Ausschnitt gesagt haben vom Südpol. Cool. Und erinnerst du dich noch manchmal an solche Begegnungen oder solche Momente? Also ich hätte nicht mehr gewusst, dass der Justin Timberlake da neben mir gesessen ist. Ich glaube, ich war zwei, dreimal bei Wetten, dass das, was das erste Mal sicherlich eher mehr an meine Erinnerungen bleibt, ist, dass der Michael Jackson da gewesen ist. Und das ist da, glaube ich, schon einmal, war doch ein sehr großes Kaliber, weil ein absoluter Superstar da im Showbusiness. Aber die anderen Geschichten, weiß ich nicht mehr so genau, aber natürlich erinnert man sich teilweise zurück, was man nicht alles so gemacht hat. Und ja, wo man sich oft denkt, uh, das waren aber schon eher zähe Auftritte und andere waren dann ein bisschen leichter. Ja, weil du Showbusiness angesprochen hast, Skifahrer vor dir sind so wie zum Beispiel der Donny Seiler, der hat dann Filme gedreht, hat Lieder gesungen, der ist quasi ein richtiger Showman, ein Entertainer geworden, vielleicht auch gar nicht unbedingt nach seinem Willen. Aber bist du dann auch angesprochen worden von einigen Leuten aus dem Entertainment-Geschäft, wir sollten doch ein Lied aufnehmen oder wir sollten in deinem Spielfilm spielen oder so? Donny Seiler war eigentlich ein Schauspieler und der war wirklich, dann kann man sagen, ein professioneller Schauspieler. In meinem Fall war das was anderes. Man kann, glaube ich, die Zeit natürlich auch schwer vergleichen, logischerweise. Dazum war ja Profitum im Endeffekt ausgeschlossen für Olympische Spiele. Und bei uns war das eigentlich ein Profitum, das muss man sagen. Und dadurch dann in Verbindung mit meinen Partnern, wenn ich jetzt gerne im Raiffeisen oder so, also Werbespots sind ja dann gemacht worden. Und diese Werbespots waren ja eigentlich dann auch so ähnlich wie ein Kurzfilm mehr oder weniger. Also es sind schon viele Dinge da gemacht worden, um eigentlich den Menschen, was Gott sei Dank so war, ich bin mehr als Mensch dargestellt worden und nicht unbedingt als der Sportler. Das war ganz was Neues. Und ja, da geht man in ganz andere Bereiche rein, dass man schaut, wenn ein Partner oder ein Sponsor möchte natürlich auch probieren, da sein Produkt an den Mann zu bringen. Nur sehr wichtig ist natürlich, dass das authentisch ist. Also ich kann nicht für Sachen werben, wo man eigentlich nicht authentisch ist. Und das war mir genauso wichtig, dass das so über die Bühne geht und funktioniert. Weil du bist eigentlich von Anfang an so als authentischer Typ rübergekommen bei diesen Werbefilmen für die Bank. Schreibst du da auch selber mit? Weil ich habe da zum Beispiel angesehen, wo du zu einer Tischlerin sagst, du hast noch alle Finger, das wundert mich bei einer Tischlerin. Fällt das dir selber ein oder schreibst du das? Nein, so etwas schreibt man nicht. Du hast einen roten Faden und wie das ist in dem Fall Firmenkunden natürlich, da werden Firmen vorgestellt. Und ja, dann geht das einfach, dann nimmt das so seinen Lauf. Und logischerweise, wenn es dann gewisse Gespräche gibt, und mein Erfahrungswert weiß ich auch noch früher natürlich aus meiner Zeit als Maurer und in meinem Arbeiterleben natürlich logischerweise, was da bei der Tischler so vorgefallen ist. Und ja, noch nachfragt man halt dann so Sachen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt privat so fragen würde, aber im Zuge von so ganzen Aufnahmen und so weiter, ganz klar. Aber das steht in keinem Skript und so weiter, sicherlich nicht drinnen. Aber als Zuseher muss ich wirklich sagen, du kommst da auch so rüber als einer, der das Arbeitsleben kennt. Und wo ein anderer erkennt das nicht, so Fragen wie du. Aber das kommt dann, man denkt dann, super Frage. Gut sei Dank, weil das ist ja die sogenannte Authentizität. Und die ist ja sehr entscheidend natürlich, weil dann kann ich auch die Fragen dahin stehen und dann macht es auch das natürlich interessanter. Und natürlich auch für die oder denjenigen, der was ja da gefragt wird. Und es sollte ja dann natürlich eine Geschichte rauskommen. Und die Mehreren eben bei diesen Firmenkunden, die haben ja auch sehr viel investiert dafür, eine Firma aufzubauen. Und die Mitarbeiter werden natürlich von den meisten sehr, sehr geschätzt. Und wo man halt dann so ein Gespräch macht, dann sollte ja was da rauskommen bei der ganzen Geschichte. Und das kann ich aber hauptsächlich nur, wenn ich halt schon eine gewisse Vorahnung habe, wie das Ganze ausschauen kann, was kann ich da fragen. Und ja, wenn ich mich mit Materie halt ein bisschen auskenne. Jetzt machst du da jetzt quasi eher eine Vielzahl von Filmen, aber war nicht einmal im Gespräch so wie Niki Lauda, Rush oder dann der Film über den Franz Klammer, so deine, das große Rennen, quasi mit dem Sturz und dann dem Unfall und dann trotzdem weitermachen, dass man das zu einem Spielfilm macht? Natürlich. Natürlich, es gibt Anfragen und mehr denn je eigentlich, was das anbelangt. Ich weiß nicht genau, ob die Zeit jetzt irgendwie so reif dafür, für einen Film. Das Schwierige bei sowas ist, eigentlich wie diese Geschichte war, dass man es eher mehr verkitscht, weil eigentlich, so wie es abgelaufen ist, die Realität eigentlich schwer zu übertreffen ist. Und da bietet es in Wahrheit eher Dokumentation besser an. Ja, weil da habe ich so eine Art Dokumentation über den Sturz gesehen, dass du, da gibt es das eine Foto von dem Sports Illustrated Fotografen und der ist dann gleich sicher wie alle geschockt zu dir hinkommen und hat gefragt, geht es dir gut oder lebst du noch? Und du hast gesagt, ja, passt schon. Und hat sich das wirklich so angespielt? Das war Karl Jeberer, der ist leider Gottes auch dieses Jahr verstorben. Und ja, es ist eigentlich so abgelaufen. Der ist auch runtergeflogen, scheinbar von seiner Leiter, die habe ich natürlich vorher nicht gesehen, in meiner Luftfahrt, dass da noch eine Leiter angewommen ist. Und dann bin ich halt da gelegen und er war natürlich der Erste, was da nebenbei war. Irgendwer kurz habe ich mal gehört, R.U.K.? Ich habe noch nichts reden können, weil ich noch lauter Schnee im Mund drin gehabt habe. Und bis ich mir dann gesagt, ja, halt so ein bisschen. Und ja, das Foto natürlich, was er da gemacht hat, er hat mir das einmal erzählt, also er hat eigentlich nur mehr draufgehalten, egal was passiert, und wenn er gerampft wird, weil er natürlich nicht gewusst, wo fliegt der Maier jetzt da hin? Und ja, und im Endeffekt ist es halt so ausgegangen, dass er nur von der Leiter runtergeflogen ist, weil den habe ich mitgenommen. Da war ein Doppelunfall. Sozusagen, aber ja, und Arbeitsunfall noch dazu, weil wir all zwei unter Arbeitsbedingungen das gemacht haben, und im Endeffekt ist es für all zwei Beteiligten in dem Fall recht gut ausgegangen. Und dann war doch dein Motorradunfall, also, glaube ich, der war ja eineinhalb Monate später, oder siebzehn Monate später. Nein, nein, der Motorradunfall, also, mein, der war dann ein Jahr später. Genau, die Nagano-Geschichte, die war 1998, und der Motorradunfall war am 24. August 2001. Das war ja deswegen, also genau, wir sind kurz vorbei in Chile gewesen, ja, Sommertraining eigentlich, südliche Hemisphäre, da war Winter, Vorbereitung natürlich auf die Wintersaison, die war ja in absoluter Höchstform, weil die ja in der Abfahrt speziell noch nicht so weit entwickelt war, das war ja erst mein, 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 ach, das war das dritte, vierte Jahr. Und im Ort Abfahrtslauf braucht man gewisse Jahre, und, ja, und dadurch weiß ich eben das Datum noch so genau, weil mir Skibrillen eigentlich im Gesicht gehabt, als ich dann im Krankenhaus gelegen bin, weil da war alles braun, logischerweise da noch die Skibrillen, und das war natürlich dann noch mal ein anderer Einschnitt, logischerweise, als jetzt der Sturz in Nagano, weil, kann man nicht vergleichen, das andere reißt dann richtig raus, da hat man ewige Rehabilitation, und bei dem Sturz in Nagano ist man eigentlich noch relativ glücklich davon gekommen. Und hast du dann, dich so, nachdem du die Medaillen nach dem Sturz, ein paar Tage nach dem Sturz errungen hast, und dich dann so unsterblich gefühlt hast, also so stark hast du dann eben beim Motorradfahren auch gedacht, dir kann nichts passieren, oder du warst ja schuldlos, du warst ja nichts. Ja, sicher schuldlos, das passiert vielen, einfach bei einem sogenannten Linksabbiegen, wo ein Auto links abbiegt, und Motorradfahrer über den Haufen geführt wird, also das kommt vor, mir ist leider Gottes da auch erwischt, aber dass ich irgendwie, dass mir nie was passieren kann, das so realistisch war ja schon in meinem Leben, egal wie im Risikobereich man sich bewegt, das hat auch viel mit Training zu tun, sonst geht das nicht, sonst ist das ein Zufall, aber auch wenn ich das Ganze trainiere, mich am Limit zu bewegen, dann kann man das auch lernen, und dann weiß man, sein Grenzbereich annähernd auszuloten, aber dass das in anderen Bereichen natürlich nicht funktioniert, das war mir absolut klar. Weil bei der Universumreihe, es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt ans Limit gehst, aber du hast ja auch gewisse Sachen, Sichel fliegen, tauchen, Skifahren natürlich, du willst schon auch ein bisschen zeigen, was man machen kann. Ja, aber das ist ein anderes Thema, natürlich, wenn man sich ein Risiko aussetzt und man ist von wenigen anderen abhängig, dann macht man das mehr getan. Also, insofern ich alles selber steuern kann und unter Kontrolle habe, ist das viel einfacher. Aber sich auszuliefern, das ist die größere Herausforderung, und ja, da glaube ich, da ist da mehr Hirnschmalz drinnen mit verbunden. Wann hast du das letzte Skirennen im Fernsehen so bewusst mitverfolgt, weil du hast ja einmal gesagt, du gehst lieber selber Skifahren als Skifahren zuschauen? Das ist das Praktische, weil jetzt sind die Nordamerika-Rennen und das war genau jetzt am Sonntag. Am Sonntag eigentlich, diese Rennen finden am Abend statt. Abends gehe ich keine Skitouren, vor allem da möchte ich den Naturraum, was es noch ein bisschen gibt, logischerweise schützen. Und ja, da macht man das nicht, meiner Meinung nach. Und jetzt ist da die ideale Zeit dafür, dann vor dem Fernseher zu sitzen und sich die Rennen, was da zum Mittag stattfindet in Amerika, bei uns am Abend zur Primetime anzusehen. Und jetzt die Fußball-WM, die ist ja fast den ganzen Tag, fangt ja schon zum Mittag an. Schaust du da auch manchmal? Nein, also zum Mittag auf keinen Fall. Also es ist vielleicht einmal am Abend dieses letzte Spiel um, was weiß ich das, um 8 Uhr oder was angefangen, das aber, nein, unterm Tag, da wäre mir die Zeit viel zu schade. Nein, so etwas mache ich nicht. Hast du als Skiprofi immer noch ein besonderes Gespür für Schnee? Also so wie jetzt, wo die Saison fast bald anfängt, hast du da ein Gespür dafür, wird es heuer was? Nein, da müssen Sie mehr Imker sein und mit Königskerzen arbeiten und so weiter. Aber ich bin eher bei den Hosen angesiedelt. und jedenfalls kann man so sagen, es ist jedes Jahr, egal wie er sehe ich will, dass man jetzt hernimmt, ungefähr der gleiche Ablauf. Im November hat man meistens so ein, zwei Wochen wirklich eine relativ kalte Periode und da macht man die Kunstschneeproduktion und wir sind da, also in Flachau, wirklich, glaube ich, schon ganz gut gesegnet davon, weil es hat nicht mehr funktioniert. Es hat auch mit dem Langlaufen funktioniert, weil das ist zum Beispiel mit Naturschnee, aber wir haben die Jahrzehnte immer eine perfekte Langlaufpiste da gehabt und sei es, wenn man nur 20, 30 Zentimeter einen Schneefall gehabt hat und wenn man jetzt die letzten Winter hernimmt, vor allem den letzten war es wieder hervorragend mit extrem großen Schneemengen. Also ja, man kann nicht immer sagen, kommt mehr, kommt weniger. Im Endeffekt war es die letzten Jahre immer komplett ausreichend. Wenn du jetzt Skifahren gehst, fährst du da ganz normal neben die anderen Leute runter und die wissen gar nicht, dass da der Hermann Mayer fährt? Nein, ich habe nicht aufgegeschrieben, dass ich der Hermann Mayer bin, ich fahre nicht mit dem gelben Helm und ich sage einmal, wenn jetzt viele Leute auf der Piste sind, gehe ich weniger Skifahren auf der Piste, da bin ich mehr Upseids unterwegs mit den Turnskis und dann, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist, fahre ich wieder mehr auf der Piste. Also vor allem Anfang jetzt des Winters, jetzt ist es ein Ideal, dass es ruhiger auf den Pisten aber dann so, sage ich einmal, über Weihnachten bis Heiligen Drei Könige, da ist da meistens die Zeit, wo am meisten los ist oder Energieferien logischerweise, da ziehe ich mich wieder mehr dann in die Natur zurück und dann komme ich wieder zurück auf die Piste. Aber bretterst du dann so runter wie früher oder schaut es dann eher ziviler aus? Ja, was ist zivil? Also man fährt halt normal, man fährt, ich fahre das Material, was ich habe, das testet sich so ein bisschen aus. Normal bist du ja nie gefahren, du bist ja nie normal gefahren. Schon, ich bin ja immer normal gefahren, logischerweise. Normal, was man halt unter normal, wie gesagt, das normal Skifahren, es gibt logischerweise in jeder Sportart Unterschiede, wo es normal und nicht normal ist. Wenn einer drei Kilometer schwimmt oder fünf, ist es für viele vielleicht auch nicht normal. Und ja, bei mir ist es halt nicht anders, als wenn ich logischerweise mit dem Sport groß geworden bin, aufgewachsen bin, dann habe ich ja den eigentlich gelernt, so weit, wie es mir Spaß macht. Und man muss sagen, im Kopf ist ja das Ganze noch abgespeichert. Man muss nur schauen, dass man schon mitberechnet, dass man älter ist und der Körper das nicht mehr so mitmacht. Und den Körper, glaube ich, den darf man da, sollte man nicht ausseucht lassen, weil da oben wäre es natürlich noch, wäre es noch drinnen. Aber ich glaube nicht, dass ich das Knie so große Freiheit hätte, wenn ich mit der gleichen Intensität ans Werk gehe. Jetzt haben wir, der Anlass ist für unser Gespräch, dass du jetzt 50 wirst, jetzt war in deinen ersten 50 Jahren schon sehr viel los. Was wird da in deinen nächsten 50 Jahren kommen? Ja, schwer zu sagen. Also es war sicherlich für mich sehr, sehr bewegt, mit, ja, aber alles, sage ich mal, mit harter Arbeit und mit Einsatz verbunden. Also es ist nicht so, dass irgendwie was selber passiert ist. Also ich habe was dafür tun müssen und es ist sicherlich, ja, Resultat von einer harten Arbeit, was da rausgekommen ist und bei der Arbeit immer dran zu bleiben. Wenn jetzt die nächsten Jahre ein bisschen ruhiger ablaufen sollten, was ja auch hoffen, natürlich, wenn man öter wird, dann ist auch die Belastbarkeit, sage ich mal, ein bisschen was anderes. Ja, dann nehme ich das gerne so an und ich hoffe es auch so. Wichtig ist auch nur, dass nach wie vor, ja, ein interessantes Leben bleibt und dass man das Leben irgendwie selber gestalten kann. Um das geht es mir hauptsächlich. Verfolgst du Skisport jetzt so mit, dass alles schneller wird und, also auch schon, Carving-Ski waren ja dann auch schon, da sind ja die Skischaus schneller gewesen. Da hat sich die ganze Disziplin doch ein bisschen verändert und alles jetzt schneller geworden, höher, weiter, neue Rekorde waren gefragt. Na gut, seitdem ist es für die Allgemeinbevölkerung oder für den Skisportler an und für sich auch wichtig gewesen, weil ich glaube, mit dem anderen Material einen richtigen geschnittenen Schwung zu fahren, war nicht möglich und im Endeffekt ist über dieses Snowboarden dann entstanden die Carving-Ski und das hat eigentlich, es hat auf einmal so viele Snowboarder gegeben und dann sind ganz viele Snowboarder logischerweise wieder zurückgekommen, eben zum Alpinskifahren, weil einfach dieser Ski angenehmer zum Fahren ist und man hat gleich ein Gefühl von Sportlichkeit und das hat das logischerweise und Gott sei Dank absolut revolutioniert und es geht weiter mit dem breiteren Ski und so, im Gelände, also es deckt einfach alles viel mehr ab, also ich habe, der Genuss ist natürlich viel, viel höher, als wenn ich mit so einem Schmalllatten da irgendwo runterfahre im Tiefschnee, wo ich eigentlich mehr oder weniger versinke, habe ich jetzt die Möglichkeit mit einem 110, 120 oder 12 Zentimeter braten Ski da runterzufahren, dass ich da hinschwebe und das sollte es ja sein, es sollte eine Weiterentwicklung sein, beim Autofahren nichts anderes, also sollte man auch nicht stehen bleiben und in Endeffekt sich in allen Bereichen einfach da weiterentwickeln. Eine Zeit lang hat es so ausschaut, es ist so eine Rivalität da, entweder Snowboarden oder Skifahren, das ist jetzt ein bisschen ausgeglichener. Es ist ausgeglichener, weil natürlich der Snowboard Fahrer stecken bleibt im Tiefschnee und nicht mehr weiterkommt. Der muss gehen und der Skifahrer hat den Vorteil, der kann sich mit den Stecken durchschieben und wenn das einmal Snowboarder gibt es genügend, die schicken immer wieder an, die, die das mitmachen, die haben dann eine Fahrt, wo der Skifahrer dann noch zwei, drei Mal oder vier Mal und der steckt immer noch. Also die Effizienz ist wesentlich und die Ausbreite höher mit dem Ski. Dein Bruder hat ja glaube ich auch eine Skischule, oder? Genau, mein Bruder betreibt die Skischule. Und der tut auch Snowboarder? Er war, genau, er war ein professioneller Snowboarder und der ist eigentlich fast nur mehr mit Ski unterwegs, weil er einfach weiß, wie ein Vorteil das hat und ich habe ihn früher oft nur rausgezogen, irgendwo, sage ich einmal, aus irgendeinem Graben, aus dem Gelände und das tut er sich jetzt so selber nicht mehr an, weil er möchte es ja auch die Kinder weitergeben, dass es einfacher ist als schwieriger. Eine Zeit lang hat es ja so ausgeschaut, dass es Skifahren aus der Mode und Old School und du warst ja auch als Sportler eigentlich immer ganz vorn dabei. Du warst einer der Ersten, der eine Homepage betrieben hat, wo immer Sachen zu lesen waren oder Informationen hast du selber weitergegeben und deine eigene Homepage gestaltet und was denkst du jetzt über, muss man bei TikTok oder Instagram, muss man bei den sozialen Medien dabei sein oder? Fraglich in wir im Bereich glaube ich, also wir waren mehr oder weniger schon Vorreiter, was das anbelangt mit dieser Homepage, wir haben sogar ein eigenes Forum gehabt, komplett unsensiert, also jeder rein schreien kann, der hat sich ausdoben können, was er wollen hat, im Nachhinein gesehen ein absoluter Wahnsinn, aber es war Ende der 90er Jahre. Ja, das waren natürlich die Zugriffe enorm hoch und in Verbindung dann mit einem Fanshop und so weiter, mit Online waren wir da sehr, sehr weit vorne. Aber meins ist eigentlich eher weniger als mehr, also ich bin jetzt nicht dafür, dass man da überall der Schnittlauch auf der Suppen ist und bei den sozialen Medien überall der Vertreten ist. Ich glaube, man muss sich da schon, also ich bin zum Beispiel da gar nicht vertreten, aber ich muss auch sagen, ich bin auch schon älter, umsonst machen wir jetzt kein Gespräch am 50. Geburtstag, aber das glaube ich, muss sich jeder für sich selbst stellen. Sei es irgendwo für einen Betrieb oder so weiter, kann es durchaus sicherlich, glaube ich, seine Vorteile haben, aber die Frage ist, was alles so dargestellt wird, muss ich alles wirklich so darstellen und preisgeben und oft ist ja dann da ein Schauspiel und die Frage ist, ist dann der so, als wäre, was er sich da hinstellt und ja, das muss sich da, glaube ich, jeder mit sich selber ausmachen. Also meins, meins ist es halt nicht. Sie fehlen da die sportlichen Erfolge jetzt zurückblickend? Das ist jetzt zwar jetzt 13 Jahre her, deine aktive Karriere, aber jetzt gerade an einem Geburtstag, an einem Runden, da zieht man doch ein bisschen Bilanz und denkst du dann, du hast früher aufgehört oder fällt dir das irgendwie? Nein, eigentlich war es ziemlich der richtige Zeitpunkt. Also ich sage einmal, wäre dieser Motorradunfall da nicht dahergekommen, dann wäre es früher schon vorbeigewiesen. Also im Endeffekt wäre da eigentlich so gewesen, dass ich mir denke, also wir sollen eigentlich in 2006 Turin da mitnehmen. So war es was anderes, weil ich habe die einzigen Olympischen Spiele in Nagano gehabt, die waren knapp vor dem Abbruch nach meinem Sturz. Dann 2002 eigentlich Sottlake City, da habe ich eigentlich um mein Comeback gekämpft, nach dem Motorradunfall. Ja, logischerweise. Und 2006 bin ich mit komplett anderen Voraussetzungen dann zu meinen erst zweiten Olympischen Spiele an den Start gegangen. Also es war, was das anbelangt, nie zu viele Möglichkeiten da. Und die Zeit nach meinem Unfall hat einfach das Comeback irrsinnig viel Substanz gekostet. Und die Substanz, die habe ich dann zum Schluss raus definitiv gemerkt, dass man infektunfälliger wird und nicht mehr so die Bereitschaft hat, die Schnelligkeit und so weiter. Es geht alles ein bisschen verloren. Und dann habe ich schon irgendwann in Gedanken gehegt, wie soll es jetzt hierzu eigentlich dann weitergehen, weil ich habe mein letztes Rennen mit dem roten Trikot in der Super-Ski-Wertung gefahren. So habe ich abgeschwungen. und das heißt also man hört mit dem auf, was man am besten kann und man ist noch in der Lage Rennen zu gewinnen. Und dann zu sagen ich höre auf war wahrscheinlich einer der größten Herausforderungen in meinem Leben, was ich da gemacht habe, weil ich sage durch eine Verletzung und dir gibt es vor, dass dauernd Schmerzen ist oft eine Erlösung. Aber genau das wollte ich eigentlich nicht. Und dadurch habe ich es nie beholt, dass ich gesagt habe, das war es. Schlussstrich. Aber in dem Moment die Herausforderung war eine große. Weil das ist gerade bei Sportlern immer das Schwierige, den richtigen Zeitpunkt zu finden, dass man aufhält. So wie der Cristiano Ronaldo will den nicht einfach finden, den Moment und sagen, dann baut man schon immer mehr ab. Aber seien wir uns ehrlich, das ist fast überall die größte Herausforderung. Sei es bei Firmen, sei es bei Firmen, Übergaben und so weiter. Also wann kann eigentlich schon der Chef dann oder so richtig loslassen, dass er alles übergibt dann vielleicht an die Familie, Nachfolger, wer auch immer. Wie schwierig ist es denn? Das sind andere Vorstellungen. Das weiß man ja dann nicht. Da geht es glaube ich nicht nur im Sport so. Natürlich im Sport ist es so, der ist zeitlich mehr begrenzt. Also sage ich mal, im Skisport über 40 wird es dann schon ein bisschen eng. Und die Zeit ist da relativ kurz. Und sie dann sagen, wo man eigentlich noch, mit 40 ist man ja körperlich noch relativ fit, muss man sagen. Und dann sagen, so und das war's, das sind schon schwierige Entscheidungen. Wenn man jetzt hernehmen, Roger Federer oder was, der hat es ewig lang ausgekostet. Aber, aber, ja, das war halt natürlich sein Traum. Und wenn man dann merkt, all die, was dann aufhören, wenn die Emotionen dann entstehen, weil es halt wahrscheinlich so ist, es wird schwierig werden, wenn man irgendwann mal so gut war, noch mal was so machen, wenn man so gut ist. Also man weiß ja, es geht, das dauert ja Jahre, dass man da hinkommt. Was da alles abläuft, das kann man ja dann mit 40, wenn man 40, 50 ist, nie wieder aufholen, weil dann, bis ich da bin, bin ich ja dann tot, bin ich 80, 90. Also, das geht sich ja nicht aus. Ja, gerade auch bei Federer, da geht es dann auch immer um Duelle. Sport lebt immer von den Duellen, wo man dann halt stärker wird und wie man als Zuseher auch gern sieht oder mitverfolgt. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige natürlich beim Sport, dass es eben diese sogenannten Duelle gibt. Schlimm ist, wenn dann künstliche Duelle aufgebaut werden, sage ich einmal, vielleicht auch von Medien, weil es nichts mehr gibt. Dann ist es halt teilweise, da gibt es ein Lager, da gibt es ein Lager. Aber sofern es da irgendwann, also der Tennis, der Tennis-Sport herausragend in Wahrheit, wo man sich schon viel rausholen kann, wenn man einfach diese Duelle auf hohem Niveau, wenn man das sieht, was wirklich um Kleinstigkeiten, um Kleinigkeiten eigentlich geht, was dann den Unterschied ausmacht. Also wenn jedes Game mit Tiebreak weitergeht und was weiß ich was, also Vorteileinstand, Vorteileinstand und das geht ewig und du tust fünf Stunden Tennis spielen, ja, das ist einfach richtig klasse zum Anschauen. Glaube ich schon, was man da merkt eigentlich, da kann man wahnsinnig viel mitnehmen und dann verliert man wohl, wenn ich das spiele oder man gewinnt es natürlich. Aber es geht, man ist auf dem gleichen Level im Endeffekt und das ist dann das Entscheidende eigentlich über die ganze Karriere hinweg, vielleicht dann da noch das ein bisschen abzusetzen und da sind halt ganz, ganz wenige, was halt das dann schaffen und auch da oben zu bleiben. Du hast auch als Sportler immer wieder deine Stimme erhoben, zum Beispiel habe ich jetzt heute noch nachgeschaut in dem Band 100 Mal Sport von der Elisabeth Auer, dieser Sammelband und da bist du auch dann erwähnt, dass du die Stimme erhoben hast gegen Diskriminierung von Homosexuellen im Sport und dass das jetzt bei Intoha so ein Thema geworden ist, ist ja irgendwie erstaunlich, dass gerade der Fußballsport da sehr konservativ wirkt. Thema ist schon, wichtig sind in die Bereiche Funktionäre, die vergeben diese sogenannten Großveranstaltungen. Der Sportler selber kann sich politisch, sozio-politisch interessieren, aber in der Öffentlichkeit hat sowas meiner Meinung nach nichts verloren, weil ich miss mich mit anderen und da ist mir das nicht so wichtig, wo das Ganze stattfindet, aber dafür sind eigentlich die Funktionäre zuständig, die es an die richtigen Adressen zu geben. Der Sportler übt seinen Sport aus und was zu unterstützen und so weiter und ein Zeichen zu setzen, ist durchaus in Ordnung. Aber sonst wird man da irgendwo hineingezogen, das was so oft der Sportler nicht verdient hat. Du bist ja auch mit Funktionären immer ein bisschen zusammengestoßen, was immer angeht, oder? Was haben die Funktionäre gesagt, wie du als Vorläufer auf einmal die zwölft beste Zeit gemacht hast? Ja, das Vorläufer hat ja eh schon wieder funktioniert, aber natürlich waren da Vorgeschichten, ja, was nicht jeder gern gesehen hat, warum steht der jetzt am Start, ist schon zu alt und so weiter. Ja, da gibt es einfach Vorfälle, scheinbar, wie man sagt, man hat eingefädelt, wie früher da eine Slalom gefahren, was nicht stattgefunden hat. Funktionäre stellen natürlich auch die Mannschaft auf und so weiter. Also, man könnte viele Dinge viel einfacher machen, sage ich einmal, aber es wollen sich halt vielleicht ein paar auch in Szene setzen und warum auch immer und das versteht natürlich der Sportler nicht so, weil der ist da einfach, glaube ich, ein bisschen schneller und der will einfach einen Wettkampf haben, aber das Drumherum interessiert eigentlich den Sportler eher ein bisschen weniger. Als letzte Frage jetzt noch, als größte Meilensteine deiner Karriere siehst du da jetzt den Jahrhundertsturz und den Sport oder den Motorradunfall den doch so gut weggesteckt haben oder die 14 Kristallkugeln, die unten in der Galerie sind. Sportlich gesehen muss man definitiv sagen, sind die Meilensteine, also die Saison jeweils vier Kugeln in der Saison gewinnen zu dürfen oder das ist gewonnen zu haben, sagen wir so. Weil jeder ja dann, vor allem diese Spezialdisziplinen, jeder übt seine Spezialdisziplin aus, in dem Fall, wo ich gefahren bin, Riesentorlauf, super, schön Abfahrtslauf und wenn man da dann die Kugel gewinnt in die und dann eigentlich vier Kugeln, das ist, glaube ich, sportlich gesehen schon das, was schwer ist, dann zu übertreffen. Und dann sind halt noch diese Missgeschicke vielleicht noch, weil was Besonderes ist, ja nicht jetzt zu stürzen, sage ich mal, das ist ja, probieren wir ja eher zu vermeiden, aber natürlich dann wieder zurückzukommen und einfach zu gewinnen oder eben nach dem Motorradunfall wieder zurückzukommen und eben wieder den Gesamtweltcup zu gewinnen, wo man eigentlich schon mehr weg war, da wieder nach oben zu kommen, das sind natürlich dann im Gesamten das, was eigentlich dann so übrig bleibt. Aber wie ich jetzt sage, ja, stolz, sonst irgendwas, das war einfach ein Abschnitt von dem Ganzen und man hat das Beste draus gemacht. Super, danke. Danke. Oke, fois .